gut also zwei Schreine habe ich schon entdeckt da gibt es dann noch bestimmten weiteren irgendwo da oben zum Beispiel für diesen Angelsee bestimmt wahrscheinlich vor der Mine Grasbüschel und noch mehr Holz alter Stiefel und Holzscheit gut, alter Stiefel kriege ich ja einen alten Stiefel kriege ich ja erst wenn ich angeln kann ich hole mir mal hier so ein paar lustige ein paar lustige Blütenblätter so dann geht's weiter Holz und Stein Okay Das dürfte ich hinkriegen Gut, also ein paar von den Schreien freischalten halte ich durchaus für sinnvoll Das heißt, ich hole mir jetzt hier als erstes mal Grasbüschel, sofern es dann geht Das kann ich aus irgendeinem Grund nicht holen Das auch nicht Das auch nicht Okay, warte mal Dann brauche ich auf jeden Fall auch noch Holz Okay 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 So Okay 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 Und jetzt hole ich noch die Steine aus meinem Schrank Okay Und jetzt hole ich noch die Steine aus meinem Schrank Okay 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 Und jetzt brauche ich nur noch das Ding da. Hallo, Mike. Wie schön, dich zu sehen. Hey, ich weiß, du bist beschäftigt, aber vielleicht könntest du mir bei etwas helfen? Ich brauche einmal orangene Farbe. Könntest du es holen? Sicher. Großartig. Danke. Warte mal, braun. Ich brauche bestimmt braune Blätter und Kreide für orange. Ach, guck mal. Jetzt ist hier die... Jetzt ist hier die richtige Farbe, aber warte mal, was soll ich holen? Stofffarbe oder... Nein, orangene Farbe. In der anderen Seite. Nein, ich brauche. Ich brauche.